Mein Name ist Bettina Hein, ich bin Softwareunternehmerin und ich wohne in St. Gallen. Ich war noch nie ein Camper, aber ich wollte es unbedingt schon immer mal ausprobieren. Und als ich meinen Camper durch die Höhle der Löwen Schweiz kennengelernt habe, habe ich gedacht, das ist die perfekte Gelegenheit. Jetzt bin ich nicht nur Investorin bei MyCamper, sondern kann heute auch mal das erste Mal campen gehen. Wir haben das Rechtsrundreischen gemacht. Wir haben angefangen hier in St. Gallen und sind dann ins Sieltal gefahren, in der Nähe von Einsiedlen. Wir hatten hier einen wunderschönen Platz zum Campieren direkt an den Siel. Und zwar haben wir das gefunden über nomadi.ch Das ist wirklich schön hier am Fluss. Es war fast nur ein Bach. Und wir waren ganz alleine und haben hier unter den Sternen campiert. Die hatten einen kleinen Picknick-Tisten. Und haben auch alles mögliche andere noch bereitgestellt. Feuerholz zum Beispiel. Und das war wirklich sehr liebevoll gemacht. Ja, wir waren auf zwei verschiedenen Bauernhäfen. Und haben dort mit den Kindern Sachen gemacht. Also, wir haben die Tiere angeschaut. Wir konnten im Hühnerstall sein. Wir konnten schauen, was die Kälbchen machen. Das war also sehr schön. Wir konnten im Koi spielen. Und dann waren wir ausserdem einfach noch gewandert. Wir konnten im Hühnerstall sein. Daniel Fay und sein Team haben mir ausführlich den Camper erklärt. Ich konnte alles kennenlernen, weil ich das ja zum ersten Mal mache. Und dann konnten wir das auch so machen, dass alle Hygienemassnahmen eingehalten waren. Sind sie auch sehr sorgfältig gewesen. Also ich hatte ein rundum sicheres Gefühl bei der Übergabe. MyCampra kann ich auf jeden Fall empfehlen als Mietplattform. Es war sehr einfach Mietanfragen zu machen. Es hat einfach alles reibungslos funktioniert. Mit der Versicherung, mit der Kommunikation, mit der Übergabe. Und nach der Miete kann ich das wirklich sehr für alle empfehlen.